Hallo ihr Lieben, hier seht ihr unseren neuen Zuwachs, das ist der Hugo, ein sechs Monate alter Rottweiler-Rüde. Er kommt schon direkt für eine Schmuseeinheit. Also wir kennen ihn ja jetzt selber erst noch nicht mal 24 Stunden. Man sieht aber schon, er ist sehr menschenbezogen auf jeden Fall. Die Angaben von den Vorbesitzern waren auch, dass er mit Katzen verträglich ist. Und wir haben ihn jetzt auch schon mit der Arafel gesellschaftet, einer Hündin bei uns. Die habe ich jetzt für das Video mal ausgesperrt, weil es sonst mit zwei großen Hunden hier in dem Zimmer doch etwas wuselig ist und ihr mich, glaube ich, sonst nicht mehr verstanden hättet. Genau, also der Hugo ist jetzt seit gestern bei uns. Ja, wirklich total lieb bis jetzt. Also echt super süß zu allen. Er ist ja auch noch sehr jung und ja, wir versuchen jetzt natürlich ihn so gut es geht kennenzulernen. Und auch das mit den Katzen nochmal zu testen, ob das wirklich so gut funktioniert, damit wir das beste Zuhause für ihn finden können. Und dass er so schnell wie möglich auch wieder vermittelt werden kann. Denn so ein junger Hund hat im Tierheim natürlich gar nichts zu suchen. Und da möchten wir schnellstmöglich ein schönes Zuhause für ihn finden. Bis dann!